Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir sind seit Stunden aus der Villa raus und ich höre auch die ganze Zeit kreischen, gelache. Safe fühle ich mich nie. Ich weiß nicht, ob das jetzt zum Problem werden könnte. Ob ich ihn jemals vertrauen kann? Ich weiß es nicht. Das ist schon ein Schmerz. Eine andere Frau schnappt mir einfach meinen Mann sozusagen weg. Und deswegen hoffe ich halt einfach, dass man Micha weiß, wo sein Platz ist. Wir werden da reingehen und werden unsere Männer dann halt uns schnappen. Ich glaube, wir müssen mal die Bombe platzen lassen. Mädels ran an den Mann, sonst ist eure Zeit auf Love Island schneller vorbei, als ihr knutschen buchstabieren könnt. Um Gottes Willen! I just can't get you out of my head. Oh, your lovin' is all I think about. I just can't get you out of my head. Klar hat man im Hinterkopf, dass es ein Date gibt für die Person deiner Wahl. Und deswegen habe ich mich auch ins Drück gelegt. Das ist meine. Vier. Acht. Mein Kuss gebe ich eine Eins. Eine Sieben. Zwei. Sieben! Zwei. 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 Zwei.